Heute habe ich mir wieder zwei große Player ausgesucht und Player passt auch zu dem ersten, Game Duell. Ja, was ist Game Duell? Und heute analysieren wir das mal alles und gehen auch wieder mal ein bisschen in die Tiefe, was man besser machen könnte, wie die Ads aussehen, wie die Fanpage aussieht, was kann man wirklich noch besser machen auf der Landingpage oder was ist so eine richtige Call to Action, wie funktioniert das? Game Duell macht eins richtig, also die zeigen sehr, sehr klar, worauf es ankommt. Also hier Game Duell, das sind einfach, so wie es der Name schon sagt, es geht hier um Spiele. Und der erste Button, der oben ist, Spielen, das heißt, wenn ich ihn anklicke, lande ich direkt auf der Seite, wo ich spielen kann und hier direkt Play for Free, also richtig gut. Was soll man dazu sagen? Funktioniert, sonst wäre Game Duell ja nicht so erfolgreich. Allerdings würde ich an eigenen Sachen noch arbeiten. Die haben, was die sehr gut machen, ist auch diese Willkommensnachricht, dass das aufpoppt. Das heißt, es verleitet dich ja auch, direkt an Game Duell zu schreiben. Und oft ist es so, dass da, oder höchstwahrscheinlich ist da auch ein Bot hinter, der direkt dich auf verschiedene Produkte, je nachdem wie gefiltert wird, wenn du sagst, hey, ich will irgendwie Karten spielen, dann filtern die Karten und leiten dich auf eine Kartenwebseite um. Wird wahrscheinlich so sein, habe ich jetzt nicht getestet, würde ich aber so machen und gehe ich mal davon aus. Dann dieser Call to Action Button hier oben. Spielen, haben wir gerade angeklickt, funktioniert sehr gut. Top, würde ich genauso machen. Vielleicht gucken wir uns mal einfach an, wir untersuchen die Seite und schauen mal, wie mobilefähig die ist. Und auf dem iPhone X ist sie eher nicht mobilefähig. Das heißt, da würde ich auf jeden Fall dran arbeiten. Und wenn ich auf den Plus gehe, ist es halt größer und man sieht, es ist kein Unterschied. Es ist einfach nur geschrumpft. Es gibt keine Weiche irgendwie, die dich auf dem iPhone X, auf dem Galaxy oder sowas anpasst, sondern du musst wirklich wahrscheinlich dann vergrößern, um an diese Schriften zu kommen. Und man sieht es auch hier ganz klar. Ich schließe es, diese Seite ist auch optimiert mit Verlinkungen, mit Content für Suchmaschinen, damit die da halt rumklicken können. Dann landen wir natürlich auf einer Unterseite, gameduell.com.gd. Also es ist wahrscheinlich eine Unterseite extra für Facebook erstellt. Aber wenn es funktioniert, why not? Ich meine, 188.000 Personen gefällt das. Ich denke, die würden nicht lügen. Zum Header. Vielleicht würde ich hier die neuesten Spiele veröffentlichen, indem man vielleicht so einen Trailer draus macht, animiert, um noch mehr Conversion in diesem Spiel zu bekommen und das hervorzuheben. Ja, das würde ich machen. Ansonsten ist der Inhalt kunterbunt, muss ich sagen. Also es ist kreuz und quer gemischt, von Veranstaltungen bis irgendwelchen Muttertag, alles Gute zum Muttertag und bis zu irgendwelchen Postings von Mitarbeitern wahrscheinlich. Also sehr kunterbunt. Mir fehlt so ein bisschen so diese Kernstruktur. Aber es ist alles gut, weil man merkt, okay, da ist auch viel Menschlichkeit hinter, was sowas hier hervorhebt. Also zum Beispiel, dass die zusammen irgendwie hier eine Cooking Session machen. Das heißt, sie kochen zusammen wahrscheinlich im Büro oder außerhalb. Keine Ahnung. Das ist natürlich cool. Auch zu Ostern alles schön und gut. Aber man könnte da viel mehr Inhalte posten. Wir gehen mal weiter und sagen, okay, was gibt es für eine Seitentransparente? Also was gibt es in der Werbebibliothek? Womit wird geworben? Aktuell gibt es sechs Ergebnisse und es ist Romy, der ganz klar uns cutt hier. Also die typischen verdächtigen Satz oder Reihe. Das ist hier die Frage. Finde ich sehr cool. Ja, macht man nichts mit falsch. Direkt auf die Landingpage mit jetzt gratis spielen. Aber es ist wahrscheinlich hier auch wieder ein Riesennachteil, wenn es nicht mobilefähig ist, was es leider nicht ist. Wenn ich mir das jetzt angucke. Also ich glaube, das ist ein Conversion-Killer, wenn die daran arbeiten würden. Oder ich sehe es jetzt nicht. Das ist ganz wichtig. Das ist jetzt meine Meinung an der ganzen Geschichte. Ich bewerte alles in der Ad-Klinik und ich sehe es nicht. Also es ist schlecht. Nicht gut gemacht. Sonst, die Ads sind alle gleich. Es ist sehr wenig. Wahrscheinlich arbeiten die ganz, ganz stark an den Richtlinien und da muss man halt aufpassen. Die Videos, die da drin sind, sind super, weil es animiert ist und wenn es losläuft, funktioniert sowas sehr gut. Wichtig wäre jetzt hier zu wissen, warum die nicht mehr machen. Vielleicht wegen den Richtlinien auf Facebook, wegen Gewinnspiele, wegen Spiele allgemein, ist, dass man da in dieses Gaming und Casino und alles, dass man da vielleicht nicht zu tief reingeht. Allerdings sind solche Player wie Game Duell hier mit blauen Häkchen, die sind schon, die haben schon einen riesen Trust bei Facebook. Das heißt, die haben direkte Ansprechpartner meistens, sodass die da auch viel, viel mehr machen können und viel mehr rausholen können, weil es ist überhaupt nicht schwer, hier an neue User zu kommen. Ich glaube, das ist eher ein Luxusproblem. Wir gehen auf den nächsten Player, den ich mir ausgesucht habe. Also, hierzu zu Game Duell nochmal. Ich fasse es zusammen. Auf der Seite selbst, gar nicht schlecht. Ich würde da vielleicht mehr Struktur reinbringen, vielleicht mehr Neuheiten, neue Games, neue Rankings von Bestplayern und sowas veröffentlichen, weil das reizt natürlich wieder Leute an, weitere Sachen zu machen, weiter zu spielen, um ein Ranking zu knacken, der Erste zu sein und solche Geschichten. Also, man kann viel, viel mehr hier rausholen. Genauso wie mit dem Header vielleicht Variationen einspielen. Auf der Seite selbst ist okay für Desktop. Mobile grottenschlecht, überhaupt nicht optimiert. wird alles, ja, zu gedrückt. Da geht ganz, ganz viel unter. Ich glaube, da kann man enorm viel rausholen, wenn man überlegt, wie viele Leute Mobile spielen und diese ganzen Mobile Games auch immer mehr im Kommen sind. Also, ich würde sagen, die meisten sagen, das ist ein Milliardenmarkt. Ist es ja auch, aber wir kratzen wirklich an der Oberfläche, was hier möglich ist. GameDuel hat natürlich wahrscheinlich, ja, ein Luxusproblem und hat es nicht nötig. Sage ich mal jetzt so, ja. Jetzt gehen wir zu einem anderen Anbieter, den ich mir ausgesucht habe, und zwar Parship. Ich finde, Parship macht die Hausaufgaben bei Facebook richtig gut, ja. Allein vom Header her, vom Auftritt, perfekt, ja. Also, alle elf Minuten verliebt sich jemand, das kommt jetzt wahrscheinlich hier, na, warten wir mal kurz ab. Parship, alle elf Minuten, siehst du, verliebt sich ein Single über Parship. Ja, genau so wird es gemacht, Emotionen, hier viel Gefühl, Flirt-Seite, mega gut. Coole Bilder, muss ich auch sagen, was die hier so machen mit diesen ganzen Statistiken, das weckt Neugierde. Erfolg-Stories, Bombe, wirklich Bombe. Man könnte natürlich mit diesen Erfolg-Stories auch richtig, richtig gut werden. Mal gucken, ich habe nicht reingeguckt. Ich bin also immer wirklich sehr spontan, was ich mir da in die Ad-Klinik reinziehe. Bin ich gespannt. Und die ganzen Inhalte sind auch wirklich sehr gut. Vor allen Dingen sind die Interaktionen richtig cool. Also, es wird oft sehr lang und sehr viel kommentiert, wenn es hier zum Beispiel zu einer Aktion kommt oder sowas. Und Parship antwortet auch sehr gut. Das heißt, die genießen natürlich Engagement und Engagement ist Relevanz wichtig und Performance wichtig. Diese Sachen erkläre ich natürlich, worauf es ankommt in der Academy und in der Masterclass. Das solltet ihr also nicht verpassen. Wir gehen mal weiter, oben, registrieren, geil, komplett, wir klicken drauf, wir testen natürlich auch alles, registrieren. Ich bin, ich suche, Weltklasse. Mit Facebook anmelden, Weltklasse. Nimmt ihr sehr viel Zeit weg. Und das war es. Wichtig wäre vielleicht, hier zu wissen, ob es eine kostenlose Phase ist. Ich glaube eher, hier steht es, mit der kostenlosen Mitgliedschaft erhalten Sie regelmäßig Angebote zu kostenlosen Mitgliedern, bla bla bla. Wenn man das noch, ach hier steht es ja auch, kostenlos registrieren und testen. Also, das ist wichtig. Ich würde wahrscheinlich diesen Satz, der ist mir untergegangen, ja, vielleicht ein bisschen weiter hervorheben, damit jeder weiß, ist es jetzt kostenlos oder kostenpflichtig. Dieses Graue auf Weiß geht meistens unter, vor allen Dingen, wenn diese Buttons, die da drüber sind, die Conversion ja hervorheben mit Registrieren und Login. Und durch diese dicke Schreibweise auch das da drunter weiter nach hinten dröhnen, okay? Das würde ich vielleicht anders machen und da vielleicht mal ein AB-Testing machen, ein Split-Testing, aber Bombe direkt loslegen und go. Ich vermute, ich brauche es gar nicht zu untersuchen, natürlich, es ist mobilefähig und sieht Bombe aus. Also, was soll man hier sagen? Perfekt gemacht. Ich würde jetzt noch weitergehen und würde mir die Anzeigen von der Seite anschauen, weil das ist mit das Wichtigste. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie viele es aktuell sind. Und das sind 36, circa 36 Anzeigen. Alle 11 Minuten, die beste Anzeige, auch cool. Es wäre interessant mal zu wissen, wie viel Engagement da drauf ist. Auch sowas ist gut, auch hier Singles in deiner Nähe. Übrigens, diese Formate von Ads funktionieren im Single-Bereich, in Erotik-Bereichen. Das kennt man ja richtig, richtig gut, weil die Leute sind ja immer neugierig, wer ist in meinem Umkreis Single und wen kann ich da noch ansprechen? Das funktioniert sehr gut. Heute noch gratis anmelden, 9 von 10 Partnership-Paaren bleiben zusammen, Parship.de. Sehr cool. Wir können ja auch einfach mal auf eine Anzeige klicken. Ja, Sign Up. Also, Singles in deiner Nähe. Schau dir an, wer bei Parship ist. Das ist richtig gut, weil es geht um Singles, jeder weiß Bescheid. Parship hat natürlich auch so viele Kanäle, dass eigentlich jeder Parship kennt. Daher haben die eher keine Probleme, hier Menschen zu erreichen. Und vor allen Dingen, jeder weiß Parship, alles klar. Herzchen, dies und das. Sofort ist die Marke im Kopf. Und durch die Fernsehwerbung, durch jegliche Werbung, die die machen, egal ob auf YouTube, Fernsehen und auf allen anderen Kanälen, weiß jeder sofort Bescheid. Hey, funktioniert. Und durch diese gebrandete Werbung, durch diese alle 11 Minuten verliebt sich ein Single auf Parship. Das ist so wie bei Zalando, Schrei vor Glück. Also, jeder ist sofort bei dem. Dann immer Sex Cells, also sexy Frauen, wahrscheinlich zugeschnitten auf nur die männliche Richtung. Das heißt, diese Anzeige wird nur ausgespielt, höchstwahrscheinlich, für Leute, die männlich sind und Single sind oder halt wahrscheinlich keinen Beziehungsstatus drin haben und bestimmte Ansprüche haben, beziehungsweise bestimmte Interessen und Demografien besitzen. Denn die meisten, also Parship verdient ja nur daran, wenn die dich auch kostenpflichtig bekommen. Und kostenpflichtig sind Leute, die auch zahlen können, also zahlungsfähige Leute. Denn meistens sind solche Beiträge auch auf ein Jahr hochgerechnet und so weiter. Also, was sehr gut funktioniert, ist übrigens kurz und knackig zu bleiben. So wie diese Anzeige es auch zeigt. Ein richtig cooles Bild, gut hervorgehoben, gut retuschiert, gut gemacht, sanfter Hintergrund und eine coole, knackige Headline. Und je mehr, hier kommen wir wieder auf einen kleinen Trick. Also, wenn du User über einen Button schickst, zum Beispiel hier Sign Up, also über den Button mehr dazu oder jetzt anmelden, anstatt in einer Ad, wo hier geschrieben wird, jetzt hier den Link klicken, bekommst du noch mehr Relevanz. Es sind zwar Kleinigkeiten und kleine Mehrwerte, kleine Punkte, aber das machen die verdammt richtig. Also, es ist richtig gut, sei dabei, merkt dir diese Tipps, auf die kleinen Details kommt es an, um irgendwann mal, um Millimeter vor der Konkurrenz zu sein und auf der ersten Stelle aufzuspielt zu werden. Also, die Ausspielung hat eine ganz klare, teilweise minimale, sind es minimale Unterschiede, wo die Ausspielung dann passiert. Inhaltmäßig kann man nicht viel mehr machen, vielleicht, ja, was soll man sagen, vielleicht auch nicht. Es ist alles richtig. Also, mehr kann ich nicht sagen, es ist alles richtig. Vieles mit Erfolgsgeschichten über, ja, Erfolgsgeschichten, die zusammengekommen sind. Teilweise kenne ich ja auch hier aus Werbung und so weiter Paare, die hier zusammengekommen sind, die später auch Kinder gekriegt haben. Das ist alles hier präsent. Statistiken, wie erfolgreich die Leute sind, coole Videos, der Aufbau ist Bombe. Also, richtig gut, man könnte jetzt noch überlegen, ob man vielleicht neue Zielgruppen anzieht mit vielleicht ganz anderen Ads. Ich kenne es jetzt aus meinem Umfeld, viele Leute sind so zielstrebig, so eingerostet in ihrem Alltag, ich sage es mal so, dass sie kaum Zeit haben, selbst auf irgendwelche Singlebörsen, dass man vielleicht Filter macht oder nur für Businessleute bestimmte Nischen aussucht und damit nochmal Ads schaltet. Ansonsten alles super, ja, CTA, also Call to Action ist gut, registrieren kostenlos, mobile fähig, die Seite ist super. Was soll man hier sagen? Richtig gut, Ladezeiten sind auch richtig, richtig gut, ja. Also, ich würde jetzt hier zu den anderen Ads auch sagen, die machen natürlich auch eine Sache, die bleiben ihrem Format sehr treu. Das ist auch sehr, sehr gut. Hier machen die ein Karussell, was immer richtig gut funktioniert. Denn, ich kann euch aus Erfahrung sagen, dass solche Karussells, und wenn du dir die anguckst, guck mal, es ist hier eine Blondine, eine Brunette und die haben immer unterschiedliche Typen von Menschen drin. Und sowas funktioniert in der Regel sehr, sehr gut, die Werbung auch, ja. Also, hier auch dunkle Haare, blonde Haare und auch hier diese ganzen Formate sind immer unterschiedliche Menschen drin, damit die möglichst viele erreichen und abholen. Richtig, richtig gut. Auch das ist lustig, denn alle 11 Minuten, man weiß nicht, was erwartet dich dahinter. Also, Singles in deiner Nähe, schau dir an, wer bei Parship ist. Alle 11 Minuten, was alle 11 Minuten? Jeder klickt und wir wissen, was passiert alle 11 Minuten. Zweite Sache ist, was ich an dieser Grafik sehr mag, ist, das ist wieder unser Unterbewusstsein. Jeder von uns, hier kann ich dir ein sehr gutes, also in der Ad-Klinik kann ich dir als Mehrwert auch das Buch von, empfehlen, also das Buch von Haufe, BrainView empfehlen. Und zwar kaufen wir zu 80% im Unterbewusstsein. Und bei uns hier oben passiert enorm viel. Wenn du dir die beiden Grafiken jetzt hier anschaust, also die Frau und den Mann. Die Frau hat einen runden, also einen Mund, der rot ist und wir haben selbst unsere Vorstellung von einer Traumfrau. Und deswegen funktionieren meistens sowas, also solche Grafiken sehr stark, weil jeder von uns seine Traumfrau im Kopf hat, sozusagen in Anführungsstrichen. Also dieses Unterbewusstsein spielt enorm eine große Rolle und deswegen, ah, hier sieht man es auch, wird es auch, ja, sehr gut genutzt. Na, dann in der Nähe, das ist Bombe. Also es ist wirklich richtig, richtig gut. Es funktioniert sehr gut. Und ich glaube, Parship hat sich schon einige Gedanken gemacht. Die sind seit 2009, seit der Erstellung 2009. Das heißt, die sind 10 Jahre jetzt schon bei Facebook und die haben schon einiges getestet. Also das, was hier drauf ist, wird wahrscheinlich gut funktionieren. Man müsste es einfach nur kopieren, etwas umgestalten, umformulieren und schon hast du eine richtig, richtig gute Ad für Single-Börsen. Also nicht vergessen, du bist nur noch eine Ad entfernt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.